Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten von den Lilien, präsentiert von Kronbacher. Gude, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Samstagabendspiel. Wir trennen uns vom SC Preußen Münster friedlich-schiedlich mit 0 zu 0. Bei mir befinden sich beide Cheftrainer und wir beginnen natürlich mit den Gästen. Herr Hildmann, ihr Statement zum Spiel bitte. Zunächst auch mal Gude. Ich glaube, das ist richtig hier, wenn man das so ausspricht. Ja, wir haben uns viel vorgenommen für dieses Spiel. Darmstadt, die Mannschaft der Stunde, hat hier Köln 5 zu 1 aus dem Stadion geschossen. Echt gute Ergebnisse erzielt in den letzten Wochen. Wir hatten schon großen Respekt, sind aber auch mit einem guten Plan reingegangen, glaube ich. Das hat man auch gemerkt. Wir haben gerade in der ersten Hälfte, Darmstadt ist es echt schwer gemacht im Spielaufbau. Wir waren sehr fleißig im Anlaufen, attackiert auch, haben diese End-Tor-Chanks nicht zugelassen. Hatten im Gegensatz dazu aber auch nicht diese Möglichkeiten, um zwingend ein Tor zu erzielen. In der zweiten Hälfte war es dann so, dass wir wussten, dass da jetzt mit Sicherheit eine Wucht kommt. Ich habe so gesagt, von 15 Minuten wird er jetzt Volldampf kommen auf die Kurve. Da müssen wir jetzt echt mit allem, was wir haben, dagegen halten. Es wurde aber dann mehr, je nur 15 Minuten, es wurden dann über 30 Minuten. Das war mir dann ein Ticken zu lang. Es ist schon ein Spiel mit dem Feuer. Wir haben wirklich sehr gut verteidigt. Die Mannschaft hat das überragend gemacht, hat fast nicht zugelassen. Aber bei der Qualität von Darmstadt kann auch immer mal ein Ball durchrutschen, kannst dir einen einfangen und dann ärgerst du dich vielleicht. Sodass ich dann echt glücklich bin, dass wir uns gerade am Ende dann, wir haben zweimal sehr gut ausgewechselt, uns da echt gut befreit haben. Und dann gerade zwei Top-Chancen noch am Schluss, muss ich sagen. Zwei sehr gute Tor-Chancen, wo du auch mal so ein Spiel noch tatsächlich gewinnen kannst. Die Chance von Kirewa im Training, haut er die alle rein. Und leider haben wir dieses Glück im Moment nicht. Aber wir arbeiten weiter. Wir hatten letzte Woche gegen Köln einen Lattenschuss. Dieses Mal diese zwei Chancen, wir bleiben dran. Ich bin trotzdem sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft, mit der mannschaftlichen Geschlossenheit, wie wir das heute, den Plan umgesetzt haben, wie wir leidenschaftlich verteidigt haben. Und dieses Ergebnis heute, ich glaube, in Darmstadt 0 zu 0 zu spielen, ist für uns schon sehr, sehr gut. Danke und euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Dann kommen wir nun zu deiner Sicht auf das Spiel, lieber Flo. Ja, zunächst mal auch hallo an alle, die uns hören. Ja, Sascha hat sehr, sehr viel von dem, wie das Spiel war, gesagt. Wir haben, glaube ich, über fast 90 Minuten eine hohe Kontrolle über das Spiel gehabt. Konnten diese Kontrolle aber nicht in zwingende Torchancen ummünzen. Hatten schon die ein oder andere, Clemens Riedl zum Beispiel, der Kopfball oder erste Halbzeit direkt, Philipp Förster nach dem tiefen Lauf von Kian, wo du vielleicht auch mal ein Tor erzielen kannst. Aber mit Sicherheit haben wir es nicht geschafft, aus unserem hohen Ballbesitzanteil zwingende Torchancen zuhauf heraus zu spielen. Ganz sicher nicht. Da fehlt uns noch ein Stück die Souveränität in diesen Momenten, einfach zu spielen, klar zu spielen. Das haben wir heute dann nicht geschafft gegen einen sehr gut verteidigenden Gegner. Das muss man auch sagen. Wir haben eigentlich über 90, 95 Minuten kaum uns einen Fehler angeboten, wo wir dann hätten sagen können, so wie Sascha gesagt hat, wo der Ball mal durchrutscht. Das ist heute nicht passiert. Da müssen wir lernen in diesem Teil. Da werden wir lernen. Und womit ich sehr zufrieden bin, ist trotz allem dann das Defensivverhalten, dass wir es geschafft haben, sehr, sehr wenig. Auch diese brenzligen Momente, die in solchen Spielen ja häufig entstehen, wenn du viel im Ball hast, ich glaube nah an die 70 Prozent, sehr wenig davon zuzulassen. Die eine Chance, zweite Halbzeit, ist gefährlich, wo er vom 16er vorbeischießt. Der Fernschuss, ja, das sind dann natürlich Schüsse, die kannst du fast gar nicht verteidigen von da, weil das ist natürlich auf seinen Distanz geschossen. Hältst du gut. Insgesamt glaube ich schon, dass Münster sich den Punkt verdient hat, aufgrund der überragenden Defensivleistung, die sie gebracht haben. Und uns fehlte dieser letzte Schuss Souveränität, um dieses Spiel heute zu gewinnen. Und souverän heißt nicht langsam, aber souverän heißt schnell, geduldig und präzise. Und das haben wir heute nicht in dem Maße gemacht, um das Spiel zu gewinnen. Trotzdem, wir nehmen den Punkt mit und freuen uns über das erste zu Null der Saison. Auch das sollte erwähnt sein, weil die Basis von all dem, was wir hier tun wollen, ist Stabilität. Und die holt man sich natürlich auch über eine funktionierende Defensive. Und das hat heute weitestgehend sehr gut funktioniert. Vielen Dank. Okay, dann besteht jetzt die Möglichkeit für Ihre euren Fragen. Kurzes Handzeichen, dann kommt das Mikrofon. Johannes Müller, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hallo Herr Kohfeldt. Sie haben Luca Maseiler eingewechselt für Fraser Hornby. Dadurch hat sich auch die Formation ein bisschen verändert. War das einfach, um zwischen den Ketten noch mehr einen Spieler mehr zu haben? Also praktisch zwischen den sehr engen Räumen, die die Münsteraner überhaupt nur angeboten haben? Nee, eigentlich wollten wir zwischen den Ketten einen Spieler wegnehmen dadurch, weil wir Luca und Kejan dann auf die letzte Linie gestellt haben, weil wir zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger von Münster mehr Tiefe haben wollten. Und Pipo war ja dann eigentlich sozusagen der einzige Spieler im Zwischenraum dahinter. Ich finde, dass uns das auch, das nach vorne verteidigende Münsteraner ein bisschen eingedämmt hat, wo sie in der ersten Halbzeit ja eigentlich unsere beiden Zehner komplett Mann gegen Mann oder zumindest sehr stark nach vorne verteidigt haben, sodass wir da kaum zur Entfaltung kamen. Und ja, das war der Gedanke dahinter. Okay, dann vielen Dank fürs Kommen. Noch ein schönes Restwochenende und unseren Gästen natürlich eine gute Rückreise. Danke sehr. Tschüss. Das war's mit dem Neuesten von den Linien, präsentiert von Krombacher.